Die Kladistik oder phylogenetische Systematik ist eine Methodik der biologischen Systematik und Taxonomie auf der Basis der Evolutionsbiologie. Sie wurde von dem deutschen Entomologen Willi Hennig in den 1950er Jahren in ihren Grundzügen umrissen und in seinem Lehrbuch Phylogenetik Systematics 1966 beschrieben. Der Ausdruck Kladistik für die Methode, die auf der Verwendung von Kladen genannten geschlossenen Abstammungsgemeinschaften beruht, wurde ursprünglich von dem bedeutenden Involutionsbiologen Ernst Mayer eingeführt, der damit die von Hennig selbst phylogenetische Systematik genannte Methodik aber nicht neutral beschreiben, sondern kritisieren wollte. Insbesondere im deutschen Sprachraum hatte daher der Ausdruck Kladistik lange Zeit einen negativen Beiklang und wurde von den Befürwortern der Methode gemieden. Hennig selbst verwendete ihn etwa nur in Anführungszeichen durch die Verwendung von Kladistiks im englischen Sprachraum ohne diese Wertende-Färbung, wird er heute meist ohne Wertenden-Beiklang gebraucht. So gibt die Willi Hennig Society ihre Zeitschrift unter dem Titel Kladistiks heraus. Die Kladistische Methodik, auf der Basis von Apomorphien-Kladogramme als Basis der biologischen Systematik zu konstruieren, ist heute allgemein akzeptierter Standard in der Biologie. Alternative Konzepte wie die Phänetik sind nur noch von historischem Interesse. Die Kladistik auch als ausschließliche taxonomische Methode zu verwenden, ist zwar überwiegender wissenschaftlicher Standard, wird aber von einer Gruppe Biologen bis heute kritisiert und von ihnen selbst nicht praktiziert. Zielsetzung Die phylogenetische Systematik bezweckt ein System der Organismen zu erstellen, das ausschließlich auf phylogenetischer Verwandtschaft basiert. Da tatsächlich, wie von der Evolutionstheorie überzeugend begründet, alle Organismen miteinander verwandt sind, gibt es dabei nur ein korrektes System, das sie tatsächlich auf der Erde abgelaufene Evolution abbilden würde. Da aber diese natürliche Verwandtschaft auf Vorgängen beruht, die ja Millionen in der Vergangenheit liegen, kann sie nicht direkt beobachtet, sondern nur aus Indizien erschlossen werden. Die Aufgabe der Systematik besteht darin, dieses natürliche System zu finden. Neue taxonomische Gruppen, wie zum Beispiel neue Arten, sind dabei dadurch entstanden, dass schon bestehende Arten sich aufgespalten haben, indem verschiedene Populationen innerhalb einer Art sich auseinanderentwickelt haben. Alle höheren taxonomischen Einheiten gehen dabei letztlich auch ursprünglich einmal auf einzelne Stammarten zurück, sodass für die höheren Einheiten kein anderes System benötigt wird als für die tieferen Gruppen innerhalb eines auf Verwandtschaft basierenden Systems sind jedoch nicht immer leicht erkennbar, wenn die Organismen nach ihrer Ähnlichkeit zueinander klassifiziert werden. Eine Stammgruppe kann sich in zwei Gruppen von Nachkommen evolutiv aufspalten, von denen eine ihren Ahnen relativ ähnlich sieht, während eine andere radikal anders aussehen kann. Beispielsweise bilden die Vorfahren der heute lebenden Quastenflosser, der Lungenfische und der Landwirbeltiere eine gemeinsame Verwandtschaftsgruppe, deren Vorfahr einem Quastenflosser weitaus ähnlicher sah als einem Menschen oder einem Elefanten. Zudem ähnelt der Quastenflosser in der generellen Körpergestalt anderen Fischen weitaus stärker als den Landwirbeltieren, mit denen er näher verwandt ist als mit diesen. Da beide von gemeinsamen Vorfahren abstammen, sind sie natürlich auch, wenn auch etwas entfernter, miteinander verwandt. Das heißt, solche Gruppen sind nicht immer monophyletisch. Die Gruppe der Fische beispielsweise basiert auf phylogenetischer Verwandtschaft, aber trotzdem sind die Fische keine monophyletische Gruppe. Eine Kladistik ist eine spezielle phylogenetische Systematik, bei der alle Gruppen auch monophyletisch sind. Eine monophyletische Gruppe enthält ein Nachfahren einer Stammart sowie die Stammart selbst, jedoch keine Arten, die nicht Nachfahre dieser Stammart sind. Die Merkmalsausstattung der Stammart entspricht dem während der Analyse zu rekonstruierenden Grundmuster. Grundlage für die Erstellung monophyletischer Gruppen sind gemeinsame abgeleitete Merkmale, sogenannte Synapomorphien. Das Grundmuster repräsentiert die Gesamtheit der nicht abgeleiteten Merkmale der Gruppen. Im Gegensatz zum idealen Bauplan, welcher die Gesamtheit aller Merkmale einer Gruppe in sich vereint, entspricht also der Grundplan dem Körperbau und der Merkmalsausprägung einer Art, die real existiert hat. Das Ergebnis einer kladistischen Analyse ist eine Verwandtschaftshypothese, die als Kladogramm dargestellt wird. Hennig bezeichnet das Kladogramm als Argumentationsschema der phylogenetischen Systematik. Anders als ein Stammbaum hat das Kladogramm nur terminale Taxa. Es lässt damit also nicht die Entwicklung einer rezenten Form aus einer anderen zu- oder anders ausgedrückt. Keine lebende Art kann und darf Stammart einer anderen rezenten Art sein. Fossile Arten können in ein Kladogramm integriert werden, sie bilden dann aber ebenfalls terminale Taxa. Das bedeutet, die Zuordnung einer fossilen Art als der tatsächlichen Stammart wird vermieden. Knoten eines Kladogramms stellen die Stammart der beiden aus ihr hervorgehenden Schwestergruppen dar. Autapomorphin der jeweiligen Schwestergruppen sind abgeleitete Merkmale, die allen Taxa dieser Gruppe gemeinsam sind und die bei der Schwestergruppe nicht auftreten. Die Kladistik widerspricht einem sogenannten Fortschrittsvorurteil, das eine Entwicklung von den Wirbellosen zu den Menschen festzustellen meint. Ein grundsätzliches Problem dieser Sichtweise ist, dass dazu der Mensch an die Spitze gestellt werden muss. Tatsächlich steht der Tendenz Wirbel auszubilden, genauso eine Tendenz gegenüber Wirbellos zu bleiben, wie die viel größere Artenvielfalt der Wirbellosen demonstriert. Sie basiert ausschließlich auf phylogenetischer Verwandtschaft und nimmt dazu äußere Merkmale zwar als eine wesentliche Datengrundlage, fasst aber Taxa nicht nur anhand Vorehnlichkeiten in Gestalt und Körperbau zusammen. Phylogenetische Systematik ist eine historische Wissenschaft, da man die Phylogenese der Organismen nicht beobachten, sondern nur rekonstruieren kann. Daher werden alle Verwandtschaftshypothesen immer nicht experimentell zu bestätigende Hypothesen bleiben. Die phylogenetische Systematik versucht, widerspruchsfreie Hypothesen aufzustellen und Verwandtschaftshypothesen, die miteinander in Konflikt stehen, aufzulösen. Die Methodik der phylogenetischen Systematik gibt dem Wissenschaftler ein Instrumentarium an die Hand, das ihm erlaubt, seine Argumentation reproduzierbar darzulegen. Kladogramme Die Darstellung der Verwandtschaftsverhältnisse erfolgt in sogenannten Kladogrammen. Diese unterscheiden sich von evolutionären Stammbäumen in den folgenden Punkten. Bei einer Verzweigung gibt es immer nur zwei Äste. Die Verzweigungen werden nicht gewichtet, man hat also kein Maß für die Änderung, um es in einem Kladogramm darzustellen. Es gibt keine absolute Zeitachse. Alle Art Spaltungsereignisse werden so realistisch wie möglich dargestellt. Punkt Jeder Ast ist durch ein abgeleitetes Merkmal begründet. Was dieses Merkmal jeweils sein soll, ist Gegenstand der Forschung. So kann man zum Beispiel Plazentatiere über ihre Plazenta von den Beuteltieren unterscheiden. Diese wiederum besitzen gegenüber den Plazentatieren zum Beispiel eine Reduktion der ausgebildeten Milchzähne. Der namensgebende Beutel ist allerdings keine Synapomorphie, sondern ist innerhalb der Beuteltiere mehrfach entstanden. Auch besitzen nicht alle Beuteltiere einen Beutel bzw. einige haben ihn reduziert. Kladogramm der Säugetiere Dieser Zusammenhang soll hier am Beispiel eines vereinfachten Kladogrammes der Säugetiere dargestellt werden. Monotremata Theria Säugetiere Wichtig ist, dass alle Äste mindestens eine Autopomorphie aufweisen. Merkmale des Grundmusters können innerhalb der Gruppe wieder verloren gehen. Dies ist dann eine Autopomorphie des betroffenen Taxons. Ein Beispiel hierfür ist der sekundäre Verlust der Flügel bei vielen Fluginsekten. Kladogramm Mensch Gorilla und Schimpanse Charles Darwin nahm an, dass zwischen den unten aufgeführten Arten die nächste Verwandtschaft zwischen Gorillas und Schimpansen bestehe und der Mensch eine Sonderstellung habe. Steffen J. Gut sieht Indizien dafür, dass Menschen und Schimpansen sich am nächsten stehen und sich die Gorillas in der Entwicklungsgeschichte früher abgespalten haben. Andere Menschenaffen Gorillas Menschen Schimpansen Kladogramm nach Mark Abraham Konstruktion von Kladogrammen Bei einer kladistischen Analyse einer Gruppe von Taxa wird versucht, deren Verwandtschaftsverhältnisse zu rekonstruieren und das resultierende Verzweigungsmuster als Kladogramm abzubilden. Ausgangspunkt der Analyse ist es in der Regel, so viele aussagekräftige Merkmale wie nur möglich zu sammeln. Möglicherweise aussagekräftig sind dabei alle Merkmale, die bei einem Teil der analysierten Taxa vorkommen, bei einem anderen Teil nicht. Entgegen dem früheren Vorgehen in der Systematik verzichtet man heute in der Regel darauf, die Merkmale zu gewichten. Gibt man einigen Merkmalen a priori ein höheres Gewicht als anderen, besteht die Gefahr, dass Vorurteile des Bearbeiters die Analyse verzerren. Nützlich für die Analyse sind dabei ausschließlich Merkmale, die Cyanapomorphien darstellen. Gemeinsam ererbte Stammgruppenmerkmale sind für die Analyse irrelevant. Verwandt Apomorphien eines einzelnen Taxons betonen zwar dessen Eigenständigkeit, sind aber für seine Verwandtschaft nicht erhellend. Normalerweise werden die berücksichtigten Merkmale in Form einer Charaktermatrix aufbereitet und dargestellt, in der die Ausprägung des Merkmals durch eine Zahl kodiert wird. Für die Analyse muss selbstverständlich vorher die Homologie der Merkmale so weit wie nur möglich geklärt worden sein. Gemeinsame Merkmale, die konvergent entstanden sind oder Merkmale, die auf paralleler Evolution beruhen, können die Analyse verzerren. Wenn sie unerkannt bleiben, sind betrachtete Merkmale durch Konvergenzen und zahlreiche unabhängige Entstehungen und Rückbildungen so geprägt, dass sie kaum noch zur Analyse beitragen. In vielen Fällen ist es unmöglich, den Grad der Homoplasie vorher zu bestimmen. Starke Homoplasie der analysierten Merkmale entwertet das resultierende Kladogramm, weshalb zur Homoplasie neigende Merkmale so weit wie möglich vermieden werden sollten. Das Hauptproblem bei der kladistischen Analyse sind Rückbildungen von Merkmalen. Betrachtet man zum Beispiel die Gruppen der Felsenspringer Eintagsfliegen und Flöhe anhand des Merkmals Flügelausbildung, so sind Flügel nur bei den Eintagsfliegen vorhanden. Das Fehlen der Flügel liegt im Fall der Felsenspringer daran, dass sie von primär ungeflügelten Vorfahren abstammen. Die Flöhe hingegen hatten geflügelte Vorfahren, nur sind bei ihnen die Flügel ohne jeden Rest zurückgebildet worden. Sind in diesem Fall die Zusammenhänge aufgrund zahlreicher anderer Merkmale noch eindeutig aufklärbar, ist dies bei zahlreichen anderen Gruppen keinesfalls mit gleicher Sicherheit möglich. Es kommt sogar vor, dass einzelne Stammlinien ein Merkmal zurückbilden und es dann bei einzelnen Linien der Nachkommen unabhängig voneinander ein zweites Mal erworben wird. Die Frage, ob ein bestimmtes Merkmal bei der Stammgruppe vorhanden war und also bei den Linien, die es nun nicht aufweisen, rückgebildet worden ist oder ob es bei den Vorfahren fehlte und innerhalb der betrachteten Gruppe in einer oder mehreren Linien neu erworben wurde, wird die Polarität des Merkmals genannt. Zur Bestimmung der Polarität werden sogenannte Außengruppen in die Analyse mit einbezogen. Eine Außengruppe kann jedes Taxon sein, das mit den analysierten Arten zwar verwandt ist, das aber mit Sicherheit und klar außerhalb des betrachteten Verwandtschaftskreises steht. Aus naheliegenden Gründen sollte es ein wenig spezialisiertes Taxon mit wenigen Autopomorphien sein. Die Wahl der Außengruppe kann die Analyse erheblich beeinflussen. In der klassischen Vorgehensweise Hennigs wurde ein Kladogramm nun dadurch konstruiert, dass man durch Klärung der Polaritäten eine hypothetische Stammform konstruierte und dann die betrachteten Taxa durch Einzelnes oder Gruppenweises hinzufügen ausprobierend so lange anordnete, bis sich ein überzeugender Stammbaum ergab. In der modernen kladistischen Analyse wird dieser Schritt von einem Sortieralgorithmus übernommen. Dazu werden die durch die Merkmalsmatrix beschriebenen Taxa so lange permutiert, bis ein Verzweigungsmuster minimaler Länge gefunden ist. Die Außengruppen-Taxa können in diese Analyse mit einbezogen werden. Dieses kürzeste Verzweigungsmuster gilt dann als wahrscheinlichste Hypothese der Verwandtschaftsverhältnisse. Dies wird als Parsimonie bezeichnet. Am häufigsten verwendet wird das Sortierprogramm PAUP. Es gibt allerdings eine Reihe weiterer gängiger Programme. Gibt es zwei oder mehr unterschiedliche Stammbäume gleicher Länge, sind dies gleichwertige Hypothesen. Und die Verwandtschaft ist nicht entscheidbar. Erstes Analyseergebnis ist allerdings einfach ein Verbindungsgraf. Um diesen in ein Kladogramm zu verwandeln, muss die Polarität geklärt sein. Dies kann entweder aus der Datenanalyse abgeleitet werden oder erzwungen werden. Dieser Schritt wird als Verwurzelung des Kladogramms bezeichnet. Biologische Systematik Die biologische Systematik versteht sich heute als eine Wissenschaft, die Lebewesen anhand ihrer Abstammung klassifiziert. Daher ist die Kladistik eine ihrer Arbeitsmethoden. Bei der Erstellung eines Kladogramms werden Eigenschaften der betrachteten Lebewesen verglichen. Es werden oft aber nicht ausschließlich morphologische Merkmale, Charakteristika des Stoffwechsels und genetische Informationen benutzt. Danach wird eine Vielzahl von Kladogrammen erstellt. Dasjenige Kladogramm mit der geringsten Anzahl von notwendigen Veränderungen innerhalb des angenommenen Involutionsverlaufes gilt als das wahrscheinlichste. Oft ist es bei der Angabe eines Kladogramms von Interesse andere Kladogramme, die mit einer sehr ähnlichen Anzahl von Veränderungen konstruiert sind, ebenfalls zu betrachten. Die Bioinformatik bedient sich für die Rekonstruktion von Kladogrammen diverser Standardsoftware, die multiple Sequenzalignments und die Variabilität einzelner Reste auswerten, wie zum Beispiel Phyllip. Die traditionelle Namensgebung in der Biologie kann die baumatige Struktur der evolutionären Entwicklung nicht fassen. Daher wird eine phylogenetische Namensgebung, Phyllocode genannt, diskutiert kladistischer Status von Taxa. Nicht immer lassen sich die traditionell gebräuchlichen Einteilungseinheiten der biologischen Klassifikation oberhalb des Ranges einer Art wegen, der in jeweils zugrunde liegenden Konzepte problemlos in eine kladistisch basierte, moderne Systematik übernehmen. Zudem können durch Nutzung molekularer statt morphologischer Daten in der Biologie oder durch neue Fossilfunde und damit eine Erweiterung der bestehenden Datenbasis in der Paläontologie neue Verwandtschaftsanalysen bereits untersuchter Gruppen zu neuen Ergebnissen führen, mit Konsequenzen für vormals definierte Taxa. So werden für Taxa oberhalb des Ranges eine Art folgende kladistische Status unterscheiden. Monophylletisch Das Taxon hat eine jüngste gemeinsame Stammform und umfasst auch alle Untergruppen, die sich von dieser Stammform herleiten, sowie die Stammform selbst, jedoch keine anderen Gruppen. Das Monophyllum begründet sich durch Apomorphien der gemeinsamen Stammform und wird auch als geschlossen bezeichnet. Beispiel Die Metazoa umfassen alle tierischen Mehrseller. Diese haben das Apomorphenmerkmal Mehrzelligkeit gemeinsam. Eine alternative Bezeichnung für ein Monophyllum ist klade. In der modernen Systematik ist prinzipiell jedes Taxon immer auch ein Monophyllum. Traditionelle Taxa, die sich als monophylletisch erweisen, sind auch in der modernen Systematik allgemein anerkannt. Paraphylletisch Das Taxon hat zwar eine jüngste gemeinsame Stammform, enthält aber nicht alle Untergruppen, die auf diese Stammform zurückgehen. Wie es beim Monophyllum der Fall ist. Ein Paraphyllum gründet sich auf diesem Plesiomorphien der enthaltenen Taxa und wird auch als offen bezeichnet. Beispiel Die Reptilien sind Paraphylletisch, da die Vögel klassischerweise nicht zu ihnen gezählt werden. Obwohl deren letzte gemeinsame Stammart ein Dinosaurier war und sie somit denselben Stamm haben wie alle anderen Tierarten der Gruppe der Reptilien. Das Taxon der Sauronpsida, welches die Klasse der Reptilien und die Klasse der Vögel zusammenfasst, ist hingegen monophylletisch. Traditionelle Taxa, die sich als paraphylletisch erweisen, erfahren in der Regel entweder nur noch informell Verwendung oder werden als Monophyller neu definiert. Woraufhin sie dann auch jene Gruppen enthalten, die sie als Monophyllum enthalten müssen, traditionell jedoch nicht enthielten. Im Englischen wird ein Paraphyllum auch als gerade bezeichnet als Gegenstück zum Klade, dem Monophyllum. Polyphylletisch, das Taxon hat keine gemeinsame Stammform, die jünger ist als die gemeinsamen Stammformen, die seine Untertaxa mit anderen Taxa haben. Beispiel, die Würmer umfassen verwandtschaftlich weit voneinander entfernte Gruppen. Weitere Beispiele sind die warmblütigen Tiere, Wasservögel, Süßwasserfische und Bäume. Solche Taxa sind jedoch oft schon vor vielen Jahrzehnten als unnatürliche Gruppierungen erkannt worden, so dass sie heute allgemein nicht als systematische Begriffe Verwendung finden. Wichtige Begriffe Autapomorphie, Synapomorphie, Plessiomorphie, Simplesiomorphie, Kronengruppe Erläuterungen Ernst Mayer, Principles of Systematic Zoology Meckrow Hill, 1969 Ernst Mayer, Cladistic Analysis or Cladistic Classification Zeitschrift für Zoologische Systematik und Envolutionsforschung 12 zu 94, 128 Willi Hennig Kritische Bemerkungen zur Frage Cladistic Analysis or Cladistic Classification Zeitschrift für Zoologische Systematik und Envolutionsforschung 12 zu 279 minus 294 Englische Übersetzung durch C.D. Griffiths Cladistic Analysis or Cladistic Classification Arep Lito Ernst Mayer in Systematic Zoology 24, 244 bis 256 Willi Hennig Society Abgerufen am 29. März 2016 Phylogenetische Systematik Lexikon der Biologie In www. Spektrum D Abgerufen am 29. März 2016 10. E.O. Willi und M. Bruce S. Liebermann Phylogenetics Theory and Practice on Phylogenetic Systematik 4, 255 5, 255 6, 255 6, 255 6, 256 7, 266 7, 276 10, 306 10, 407